Günterchen, ich habe ganz coole Sachen für unsere Rapper-Zähne ausgesucht. Warte mal ab. Die Stutenautomüte, ja? Ja, siehste. Jetzt kommt es. Haha. Guck mal, was für geile Mützen. Guck dir das mal an. Tu mal, welche möchtest du denn? Nee. Dann setz dir den mal auf. Toll sehen die aus, gell? Ein paar. Mal gucken, wenn das mir passen würde. Ich weiß ja nicht. Die ist schon ganz gut. Der Kopf kommt da rein. Du wirst ja erstmal die Mütze abziehen. Warte doch mal. Nicht so eilig. Machst du das schlank? Wie angegossen. Jetzt noch hier. Toll, Günterchen. Jetzt müssen wir zu dir noch. Dann brauchen wir zu probieren. Gleichbereit. Alle beides sind bereit. Ah, fühle mich wohl. Toll. Jetzt ist es lieber ein Rapper. Ich glaube, nicht so eine kleine Nummer. Würde mir nicht passen. Nee, nee. Nee, nee. Die geht noch höher. Oh, die ist ja gut. So. Jetzt bin ich fertig. Mann, da muss nachher die Jungs noch raus. Ich bin mir schon wie ein Rapper jetzt. Ich bin mir schon wie ein Rapper jetzt. Rapper oder wie heißt das noch? Rapper? Ein Pip-Popp-Rapper. Nee. Irgendwie heißt es so ähnlich. Was ist das denn? Was hat ihr da? Oh, man. Was? Oh, man. Was ist mit euch los? Ich habe schon ein Ausfit. Seht ihr nicht gut aus? Guckt doch mal an. Zeig mal. Das gibt es doch nicht. Toll. Der Guter passt ja auch nicht. Der ist mein Rapper. Ja. Neue Klamotten an. Ganze blau. Bleck neu. Neu macht es im Mai. Ich würde sagen, ziemlich gewagt, aber aufschreiend. Ja, Jungs. Ihr seid doch so cool, Jungs. Ja. Aber wirklich cool. Da habe ich doch gut hingekriegt. Der Manni. Ja, der Manni. Super. Sieht gut aus, Uwe. Wie gefällt der in den Raum? Super. Innenraum habe ich auch nicht gesehen, Jungs. Was er gemacht hat, hier. Guck mal, was ich spät. Ja, komm, wie du aufgespielt hast. Hier. Mit einem Rapper-Dreher. Das nennt sich ein Rapper-Dreher. Uwe, das kam abends hier. Das muss sein. Wir sind Verdrückte. Verrückte. Wir sind Verrückte. Ja. Die was alles mitmachen. Richtig. Da kann es auch mal umgedrehen. Ach, was hast du noch mitmachen? Guck mal, in den Innenraum. Ein Hip-Hoppa. Innenraum. Toll, toll. Elegant. Elegant. Reppig. Reppig. Hippig. Hoppig. Hoppig. Super gemacht. Jungs, weil ihr so hoppig, peppig und floppy seid. Will ich euch was mal zeigen in der Tüte. Lenny, such mal aus, dass es nicht beleidigt ist nachher. Supergeil. Manni, gefällt mir. Toll. Einfach toll gemacht. Jungs, ihr seid richtig hepper-pepper. Und du, Uwe, auch an Verkostung. Boah, siehst du geil. Hippig aus. Witze. Ey. Hui. Hui. Ja. Yeah. Jupp, 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 jupp. Jupp, jupp. Jupp, jupp, jupp. Ist das nicht Spaß? Ist das nicht was Schönes, Jungen? Ja. Du siehst aus gut. Du siehst wie Opa für Rippa aus. Jupp, 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 jupp. Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo. Bo-bo-bo-bo. Bo-bo-bo-bo. Bo-bo-bo. Bo-bo-bo-bo. Bo-bo. Bo-bo-bo-bo. Bo-bo-bo-bo. Gibt mir einen Pfund, gib mir eine Treppe, gib mir einen Wumms. Super Auto, Jungs. Weißt du was? Wir machen das Feierabend. Wir machen das Feierabend, wir haben es geschafft, Jungs. Wum. Komm, Andi, wir lassen jetzt. Wum. Wum. Hey, wir nehmen wir knacken auf. Richtig. Ja, wir nehmen wir knacken. Der nächste Morgen. Die frischgebackenen Hip-Hopper wollen die Straßen Dernbachs erobern. Rappen wir ab, rappen wir ab. Ist ja gefährlich. Oh, dann können wir loslegen. Wer ist gefährlich? Du? Die Kette. Meine schöne Kette macht der Gott kaputt. Nur Günther entzieht sich dem neuen Jugendstil. Er bleibt wie immer zu Hause. Tschüss, Jungs. Viel Spaß. Mit ihrem gepimpten Hip-Hop-Polo soll es ganz stilecht auf einen Basketballcourt gehen. Applaus EN